Willkommen zurück bei Sirenplug Curse. Heute wird vielleicht sogar schon die letzte Folge. Wir wissen es noch nicht, aber was wir wissen ist, dass uns jetzt ein krasses Duell wahrscheinlich gegen Sreigo Saiga bevorsteht. Und dann wollen wir mal. Alter nebengeschossen. Au, au, au. Komm schon, stirbt doch. Okay, wir sterben. Er ist stärker als wir, wie Ampfer sagt. Ich glaube, wenn er schießt, muss ich ein bisschen ausweichen und in Deckung gehen. Okay, auf ein neues. Er kann zweimal schießen, das ist unfair. Nein. Ach Mist. Fuck you, Sreigo. Ich sagte, fuck you. Warum willst du mich überhaupt töten? Mein, daneben geschossen. Nein. Ach man, das ist so blöd. Zwischen, ja, wenn ich mich anziele, dann, äh, besser gesagt, wenn ich anziele und dann wieder zurück will, ins Nicht-Anzielen, dann hat er ultra lange. Ja, toll, oder? Wahrscheinlich muss ich im Zielmodus bleiben. Nein, daneben. Er tötet mich. Ja, aber so bin ich voll langsam. Das ist natürlich auch doof. Ist beides doof. Es gibt keine gute Alternative hier. Soll ich ihn verprügeln? Ist das vielleicht nicht schlecht? Ich probiere es mal. Hey, Kumpel. Nein, hör auf. Ich will dich prügeln. Au, du Arsch. So geht das auch nicht. Los da. Ich glaube, das hier wird noch eine ganz, ganz schön harte Nuss. Und eine nervige Oben drauf. Nein, du sollst... Ach. Immerhin hat er dich nicht getroffen. So, und jetzt irgendwo hinter, äh, in Deckung gehen. So etwa hier. Abhauen, hau ab. Ah, der ist hinter mir. Fuck. Lass mich. Nein, renn. Weg. Es reicht einfach nicht, um wegzurennen. Rennen, rennen, rennen. Hau ab, Sego. Hau ab. Ich will dir nichts tun. Du willst mir doch auch nichts tun. Nein, warum hat er mich getroffen? Nein, jetzt dreht er um, oder? Kommt er jetzt hier? Ich weiß es nicht. Ah, toll. Ja, er hat da gewartet. Ich muss eindeutig am Anfang das Ding machen. Anzielen, damit ich weiß, wo er ist. Und los geht's. So. Komm, komm. Ach, aber wenn ich anziele, dann ist ja wieder die Ansicht weg, stimmt. Ja, bleib einfach da stehen, genau. Warum bist du nicht da stehen geblieben? Du, du Arsch, der braucht nur zwei Schüsse. Wetten, ich brauche so 200 Schüsse, um den zu killen? Ach ja, es regt mich auf, das ist ein unnötiger Kampf. Weil es mit dieser beschissenen Steuerung jetzt nicht geht. So ein Kampf ist wirklich dämlich. Abhauen. Nein, nicht getroffen. Was? Der hat mich hier hinter dem Felsen getroffen, Arsch. Was für ein Arsch, einfach. Kommt er dann von hinten und er schießt mich. Irgendwie wartet das. Der kommt nicht, wo ist der? Da ist er. Der zielt viel schneller aus. Ich, Mist. Der ist voll der Lucky Luke oder so. Nein! Ja, und er trifft mich hinter dem Felsen, aber wenn ich so schießen würde, dann würde ich nicht treffen. Ich bin tot. Nein, bin ich noch nicht, aber fast. Nein! Als ob du mit deiner Schrot so gut schießen könntest. Auf diese Entfernungen. Niemals, guck mal. Niemals! Los! Ist ja klar, dass wir die beschissenste Waffe ever haben für diesen Kampf. Könnte ja nicht anders sein. Ich glaube, wir werden die ganze Folge hier festhängen. Ich kann das schon fast versprechen. Immer nur ein Schuss, das so behindert. Na, ich dachte, es wäre ein Bildausfall gewesen, aber wohl doch nicht. Kommst du jetzt hier? Komm schon her. Wehe, du kommst jetzt von hinten. Ach, leck mich. Los, der. Wir können ihn auch nicht im Blick behalten, weil wenn die anzielen, dann ist es wieder weg. Kann ich eigentlich... Ne, so kann ich nicht schießen, oder? Dass ich nicht anziehen muss. Ne, dann schlägt er mir zu. Ne, im Zuschlag bin ich noch schlechter als er. Da ist er auch noch besser. Er ist überall besser als ich. So, bis er aus diesem Modus raus ist. Das ist unglaublich. Das dauert so lange. Na, das wird nix. Das wird nix. Nein, hör doch auf. Ich kann mich hier zwar überall verstecken, aber das bringt nix. Vielleicht muss ich ihn doch schlagen. Einfach immer auf die Nüsse gehen, wenn er kommt. Jetzt habe ich mich selbst verrehrt. Na toll. Na toll. Bin ich jetzt hier gefangen? Ich weiß nicht mehr, wo ich bin. Ach, leck mich. Los, der. Bis jetzt war das Spiel gut, aber das hier, das hätten sie sich sparen können. Aber sowas von. Es wird doch nicht die letzte Folge. Ich glaube, schießen ist das Dümmste. Wir müssen ihn hauen. Am besten, wenn er nachlädt. Was, wie konnte er mich jetzt da treffen? Ach, leck mich. Das überleben wir wieder nicht. Und ich weiß nicht, wie viel Hauen Schaden macht. Jetzt verfolgt er mich. Ach, komm schon. Lass mich doch mal. Nein, der ist auch so schnell im Anziehen. Ich bin nicht so schnell. Ja, ich rege mich total auf. Beschissene, ehrlich. Das ist beschissenste Stelle ever. Wer die Idee hatte, das hier zu machen, der gehört geköpft. Aber sowas von. Ja, hat nicht mal getroffen. Komm, leck mich doch. Ja, sie. Der kann 100 Kilometer daneben schießen. Das ist doch egal. Der trifft. Ich streife ihn nicht mal in diesem Moment. Der Kampf ist sowas von unfair. Leck mich besiegen, doch selbst. Ja, der hat jetzt nicht getroffen. Warum auch immer. Rennen. 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 Wie schnell zielt der an? Der zielt schneller an, als ich das Gewehr weglege. Ich meine, das ist doch völlig behindert. Das kannst du mir nicht... Das kannst du ja nicht bringen, ey. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Hallo, wo ist das Arsch? Ja, kommst du mal? Ja, natürlich. Natürlich. Kommt ihr jetzt da oder kommt ihr auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Ja, schießt mich doch. Will jemand von euch diesen beschissenen Kampf machen? Das schaffen wir nicht mal in dieser Folge wahrscheinlich. Tut mir leid, wenn ich jetzt genervt bin, aber das ist wirklich behindert. Das hat aber jetzt nicht sein Gewehr verloren, oder? Das hat irgendwie so ausgesehen. Was ist hier? Auch eine Schriftrolle hat er verloren. Na toll, was soll ich denn mit einer Schriftrolle? Rennen doch! Nein! Ich kann nicht mal so schnell wegrennen, wie der anzieht. Mehr, du Basta. Ja! Endlich! Boah, ich glaub's ja nicht. Ja, nee, komm. Ja, übertreib doch! Übertreib doch! Ja, natürlich! Ja, bring mich doch um! Ja, leck mich weh! Wir müssen den ganzen Kampf von Anfang an machen. Ich sag's dir, wenn das so ist... Na, zum Glück, zum Glück, ey, ich hätte euch sowas von gekillt, wenn ich jetzt den ganzen Kampf normal machen müsste. Ja, schön, wir sind ausgewichten. Kommst du, kommst du? Nein, nicht getroffen! Ach, Mist! Okay, manchmal bleibt er stehen, ne? Wann, wie schnell ist denn der? Boah, knapp! Ah, komm, stirb doch endlich! Das kannst du doch nicht machen, ey! Irgendwann musst du doch abkratzen! Auf mich zu verfolgen! Komm schon, komm schon! Nein, nicht getroffen! Das hätte der letzte Schuss sein können! Boah, scheinen können! Boah, aber das ist jetzt knapp! Er hat uns fast erwischt! Und der ist auch so verdammt schnell! Guck mal, wenn uns der Typ einholt! Jetzt steht er da! Komm her! Wie geht der denn jetzt hin? Wo ist er, wo ist er? Wo ist der Spaß? Boah, ich weiß es nicht! Natürlich ist er hier! Wo denn auch sonst? Ach, lass mich doch! Nein, nicht getroffen! Nein! Nein, nein, nein! Ist das nervig! Habe ich das schon mal gesagt? So, jetzt töten wir dich aber, komm! Muss doch klappen! Wir sind immer noch nicht tot! Ja, geht doch! Okay, und jetzt? Wir sind in der Zeit, in der ich命 tiefe! Wir haben die Angst, die Kraft! Boah, höre! So, jetzt? Und jetzt? Okay! Okay, und jetzt? dann um. Nein, er bringt uns doch. Wie er das auch immer gemacht hat, er hat eigentlich das Schwert rausgezogen. Und wir lagen ja nicht am Boden, aber indem er das Schwert rausgezogen hat, hat er uns getötet. Das war cool, aber das ist irgendwie so eine Distanz, die ich zuerst überbrücken muss. Na toll. Ja, super. Die Distanz einzuschätzen, jetzt wird schwer. Mann, ist das ein doofer Kampf gegen Sego. Muss das denn sein? Hättet ihr da nicht was anderes machen können? Was coole anderes? Was, was nicht so nervig ist? Hör auf mich zu verfolgen, Kumpel. Hör auf, ich kann mich sonst nicht umdrehen. Ja, toll. Soll man den da treffen? Ich weiss schon gar nicht mehr, wo ich hinlaufe. Ich habe ihn getroffen. Einmal. Ach, reicht das. Na komm schon. Verschwinde endlich. Du nervst. Ich will jetzt das Schwert haben. So sieht es nämlich aus. Ja. Na, schon besser. Ja, rastet doch völlig aus, oder? Was ist das denn? Okay. Das sieht ja krass aus. Tja, und diesen Bossfight, den bestreiten wir dann erst in der nächsten Folge von Siren Blood Curse. Und die nächste Folge wird wahrscheinlich die letzte sein. Vorausgesetzt, wir werden das schaffen. Sego war so ein Arsch, der hat mich nur genervt. Ich entschuldige mich nochmal dafür. Das kann mal vorkommen, aber der Kampf war so unnötig kompliziert und doof, gemacht mit dieser Steuerung. Dann bin ich froh, dass ich es geschafft habe. Also, wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao.